Ich weiß nicht, ob ich das trocken bin. Ich habe vielleicht noch eine Wissier. Dann werde ich das dann nehmen. Da hier. Leuchtpunkt Wissier. Gibt es noch mal. Das ist ein Schrank. Ich weiß nicht, ob ich die Storz habe. Ich habe den Mauerer stehen da. Vielleicht muss ich da. Der Werbmann das macht. Ich glaube, ich habe fast falsch gekriegt. Weil jetzt ist der Index. Der doch nicht da ist. Nee, der Bauplan. Ach nee. Das ist wieder alles weg. Das ist wieder alles weg. Das sieht man nicht mehr. Warum? Ich finde das so wie schon ein bisschen Plus gemacht worden. Ja. So sieht es nicht schlecht aus. Aber wenn man das nicht mehr sieht. Was da drin ist. Das ist scheiße. Das hätten sie es anders machen müssen. Finde ich. Ich weiß nicht. Vielleicht wird es noch. Vielleicht ist es eine Pederwärse oder so. So. Was wollen wir denn noch? Ach so. Hast du schon was in den Schmelzofen machen? Schmelzofen schon was rein? Mit Tal? Ja mit Talien Schmelzofen schon was reingemacht. Kannst du noch gucken? Mal gucken ob es bei dir ist. Also bei dir schon eins. Mal gucken ob es bei mir auch nicht ist. Ah. Nee, 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 nee. Ich habe so Probleme mit dem Ding. Das meint sich noch aus. Dann werden wir ja ansenden. Weil da ist noch ein bisschen mit dabei. So. Da ist meine. Inventar öffnen. Mhm. Obwohl das bin ich nicht so schwer. Ich bin zu schwer. Eieieieieieieieieieie. Mhm. Du sagst das wird langsam. Das haben wir jetzt mal alles. Wenn sie uns mal, wenn sie gleich da zeigen müssen wie das geht. Wir werden besser vom Updater schauen müssen. Ist es dich oder wer? Ein YouTuber hat schon das gemacht. Naja, am nächsten Mal. Erstmal wollen wir das gucken. Ja, die haben wir vergessen. Ja, da können wir ein paar Pärchen wieder rein. Ach, das ist doch ein... zu einem... Müll ist das gerade. Hi T-Rex. Die Maske. Oh, ist es mit Tänken? 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 Tau, ich habe ein Geräuschen. Ah, ich hab noch mal was Awesome. Man kann hier noch was nehmen. Machen wir hier drinnen? Ja mit der Algenmeier. Ja, also. So, wir werden Öfen reieren. Du bist ja so gefügt. Was? Na, das ist dein Visier. Einfach auf die Waffe drüber gezogen. Über die Waffe gezogen? Ja, auf die Waffe drauf. Bei mir wird's aber nicht. Das geht nur bei Bestimmten. Vielleicht geht's auf die Pistole. Weil er wohl war? Ich glaube zwar nicht, aber... Nee. Nein, geht nicht. Steht nichts da für was sie ist. Nein. Aber hier steht's auch nicht für was für eine Waffe. No, schon wieder. Bedrückt. So, Metall machen wir. Oh, was ist denn das? Immer zu... Die Meldung. Ja, da kommt er... Muss ich mal kurz mal gucken. Was da los ist, also... Mal kurz das Bild weg. Aber dann bin ich hier da. Mal kurz kurz das Bild weg. Mal kurz kurz bei wassit? Ten... der Minge. Ich kann nicht. Oh mein Gott, ich kann nicht. Ah, jetzt weiß ich wie es geht. So, jetzt sind wir gleich wieder da. So, machen wir kurz mal ein Stück. Meine Fresse sind wie ein... Jetzt sind wir wie ein LOL. Aber jetzt wisst ihr es auch, wie es funktioniert. Ah, ja. Alles klar. Hätten hier aber eine andere Farbe machen können, oder? Naja, egal. Und hier ist die Herstellung, ja. Jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Jetzt wird es besser. Da musst du erst mal klarkommen mit dem Zeug. Ja, mit dem neuen Overlay, ich sag mal so. Für mich ist es ein neuer Overlay. Und weil beim Schränken nichts anderes gibt, deswegen sieht man ja, ob die sofort mehr. Ah, Holz bräuchte sich immer. Holz! So. So. Also kann sein, dass ab und zu mal hier mit den FPS hier ein bisschen Probleme sind hier, oder? Ja. Wir haben hier mit unseren Problemen hier gerade. Ja. So ein Spiel. Nur weil wir da Update machen mussten, ne? Bei mir ist es ein bisschen mit Performance. Auch nicht. Es geht nicht mehr als über 30. Was ist es? Ich glaube, es müssen wir bei Aktionen hier ein bisschen ohne Wett schrauben. Oh Mann! Baden und Klettern können wir mal auf dem Mitteln machen. So. Nach Bearbeitung auf dem Mitteln. Äh, so. Textur mal auf dem Mitteln. So. Vielleicht geht es jetzt ein bisschen besser. Könnte sein. Muss aber nichts mehr. Sprengstoff? Ja. Kann ich auch machen, aber dafür baue ich die... Was wolle ich jetzt machen? Was wolle ich jetzt machen? Ach boah. Medien, Schimmensch, Mensch. Ah, zieh kein Rohr. Das baue ich denn dafür. Hast du Kristall zufällig? Kristall möchte ich irgendwo in den Ding kommen. Weil ich baue ich den Kristall, 20 Stück, 5 Steine und 40 Mittelbauern. Also ich hab 50 Kristall hier in den Haufen. Dann würde ich es mir von dir mal... Deutpunkt Pfeiler bis zum 5. Da braue ich noch Steine und dann kann ich es mehr basteln. Wie viele Steine basteln? 5 Steine. Hier sind auch 5 Steine drin. Also mehr Steine. In der Mitte. Wo? In der Mitte? In der Mitte hier. So, mal gucken mal. Da, nehmen wir mal mit. Dann Steine... 1... Jaaaa... Äh... Außerlich gesagt, da sind so viele Steine drin. 14 Stück. 14. Ja. Und du hast doch 5 Steine gesagt. Ach da. Ja. Das ist ja so ein Leseaufsatz. Ja. Was? Wir haben mehr davon? Okay. Okay. Dann kann ich sogar auch eins mitnehmen. Für Schrotflinte stand da. Für Sturmge... Pistole, Sturmgewehr, Schrotflinte, Flinte und Scharfschützengewehr. Müssen wir auf die Flinte packen. Mal gucken, wie es aussieht. Also hier steht es. Ach, das ist das Ding, was ich auf dem Sturmgewehr hab. Jaaaa... Das sieht so aus, guck. Hä? Ich sehe keinen Unterschied. Beim Schießen, warte mal, ich geh mal zur Dummy. Kann man die auch wieder wegmachen? Was ist denn Dummy? Nein, ich meine. Ich weiß gar nicht. Nein, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Nein, ich weiß gar nicht. Es wird keinen DPS. Ich weiß gar nicht. In der anderen Seite und in der anderen Seite konntest du mal die Hände. Wie kann man den Ziel entfernen? Steht das wohl da? Ja, musst du auf rechts klicken. Ah da, Monizolen zu. Dann entfernen. Ah, soll. Cool. Cool. Achtung, ist das noch vorne so ein Ding? Pass auf. Ähm. Einlassen. Vorne so ein Pipus. Hier. Ah, ja. Und da ist immer die Mitte. Ah. Das ist das nur. Hab schon gedacht. Hä? So. Ja, das ist dieser Aufsatz. Gibt es noch irgendwas für den Stornengewehr? Aufsätze und da. Das ist da rein. Und schlafen. Jetzt kann ich es noch einmal aussetzen. Ich habe noch Chavarelltempo. Verschiedene. Ach, die Scher. Ja, komm. Fertig. Ja, komm. Fertig. So. Ja. Abelkost. Ja, wir müssen noch Pinguine töten. Jawoll. Abelkost. Ich glaube, du musst noch Schießpulver haben. Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ob die noch in die Wertbank ist. Wenn ist, dann habe ich sie also da. Da ist 10 Cheeseburger. 10. Oh. Ja. 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 Hier ist noch eine Taschenlambeaufsatz. Taschenlambeaufsatz, okay. Ok. So. Hier gibt es einen Lock im Aufsatz. Ne, da ist Tement noch. Leustpunkt Visier. Das hast du gut auch gehabt, ne? Leustpunkt Visier, ja. Hier gibt es noch einen Laseraufsatz. Das haben wir ja gerade, ne? Nesaufsatz. Was haben wir da auf dem Sturmgewehr? Nesaufsatz. Haben wir da auf dem Sturmgewehr jetzt, glaube ich. Aber mehr gibt es gar nicht mehr. Doch. Hä? Sind die neu? Oder was? Was? Wie waren wir hier? Na, lausend. Sieht ja wie neu aus, wie es. Dann ist... Ah, das sind die! Wie? Wenn man den Boss besiegen, glaube ich. Ich sag's noch. Hey, noch noch tief in Ruhe? Ja. Ich guck mal, wo noch Feuersteine haben. Warum gibt's hier noch einen Motschziek? Warum gibt's hier noch mal so? Ja. Wie ist es im Mod vielleicht? Hm... Wow, jetzt hat's gelegt. Oh, das ist wütend. Ja, 19, okay. Jetzt sind wir 30. Alter, Alter. Also ab und zu morgen habe ich das Fremd. Also wer ist das? Guck mal, wo ist denn jetzt dieser Aufsatz hin? Diesen Leser. Du hast noch eins gehabt, ne? Na, ich hab die nur gegeben. Das war eine der Aufsätze. Ach, das ist das. Guck mal, was kannst ich tun? Ist hier irgendwo drauf? Ach, diesen Punkt, Punkt meines. Den roten Punkt, ne, weiß ich nicht. Ungemacht. Ist hier. Was ist hier noch innen? Ich bin schon gut. Guck mal schnell. Wo hast du hier noch innen da? Schnell. Wo hast du einen Stein? Ja, wie heißt denn da drinnen? Die Alpha Gang. Oh, da hast du gerade hier einen Schraub rein. Ja. Ja. Da müsstest du noch innen da haben. Das Ding. Was war denn das jetzt? Ich hab was fliegen gesehen. Keine Ahnung. So. Oh, ist ein Mensch. Du siehst aus. Alter. Ey, ist das ein langes Ding. Hä? Hä? Das ist voll komisch. Weil du mir voll in die Fräse wirst. Das ist voll komisch, weil du mir voll in die Fräse wirst. Hä? Dann wollen wir mal ein paar Zündpulver machen. Zündpulver? Ja. Stimmt. Aus Feuersteinen machen wir das da oben, ne? So, dann wollen wir mal die eintun, dann das noch eintun und dann herstellen. Was war das denn jetzt noch? Feuersteine? Nee, Synthpulver muss ich mir jetzt herstellen. Feuersteine und Steine. Und dann mit Holzkohle. Boah, ich hab's genügend Holzkohle. Kann's von mir, will ich sagen. Am Schrauben. Ja? Ja, die sind bestimmt tausend Stück oder so. Oh, ich hab's gerade sehen, dass das funktioniert noch. So. Wir sind eigentlich nicht ersauen. Ja, gut. Ja, gut. So. T-Rex. Achja, stimmt ja. Wir wollten ja die. Aber dafür müssen wir ja erstmal unsere Mütze und sowas herstellen, ne? Das ist mein Winter. Hier die Binguine müssen wir ja töten, um diese... Hier die Binguine müssen wir ja töten, um diese... Das Polymer zu bekommen. Ja. Pels. Hier müssen wir diese... Pels... Mandel brauchen. Pels... Mandel brauchen. Ja. Mal was trockenes. Pels-Mandel... Ja. Mal was trockenes. Ach, ich hab ihn immer da. Oh. Richtung Pelz. Also wir präusteln. Natürlich Pelz. Für die... Haare. Haare. Also müssen wir uns beiden die Haare abschneiden. Kannst du nicht hier einfach nehmen? Nur Tragerpuls. Leder... Ja, ich kann es mit meinen Haaren schneiden. Ja. Achso, du hast... Du hast das erste Mal, ne? Ja. Auf dem was geh ich schon überhin? Also... Ich glaube Mütze habe ich schon... Ich... Also... Also musst du mal... Die neue Mütze nehmen. Ja. Ja. Dann schon viel Fell. Erstmal Fell auch bei die... Zebelzahnti. So. Wir müssen einfach mal ein Schaf... Ist jetzt nicht geschnitten? Uuuuh. Äh, wirklich jetzt... Wie soll ich bei dir? Äh, wie sieht mein Auge aus? Das ist ein Glas davor. Achso, das... Äh, meine Brille hat mich auch. Aber die sieht komisch aus, ne? Oh! Wie sieht's aus? Indiale. Ja, schneiden wir den Haaren. Oh, jetzt zerbrochener. Wie viel, wieviel Haarrasen? Äh? Ausbekommen. 15. 50. Also... Für das kannst du schon mal... Äh, so ein... Ach, ich hab schon ne Pelzhose. Und ein Pelzding. Ah, okay. Mir fehlen... Oh, wir haben noch 67 Haare hier drin. Und ein Pelz. Also wir Pelz... Also wir Pelz... Ich Pelz... Ich Pelz noch die Hand... Handschuhe... Also die... Ich baum alles davon. Das Hemd und die... Und... Und die Mütze Pelz. Hemd und die Mütze Pelz. Ich muss noch mehr alles machen, aber ich hab nur die Schuhe... Und die Hose. Freigeschaltet. Warte mal, wieviel Pelz ist denn? Rüstung, Pelz... Oh! Ich hab auch... Ich kann nur die Mütze machen. Ich hab noch nichts bei... Äh... Freigeschaltet. Hm... Das ist eh ohne Schade. Wieviel Level kaufe ich denn noch? Ach du, Heimatland. Du brauchst aber viel Level noch. Mhm. Also die Mütze kann ich mal herstellen. Das ist kein Thema. Ja. Kann ich schon mal zwei Mützen herstellen. Dann mach ich schon mal ein Inventar. So... Mützen... Also die Mütze kann ich herstellen. Nur ein Hemd am besten. Hast du schon jetzt... Was? Gebaut? Nein. Ach so, das sah ja so aus. Grüßtum. Grüßtum. Weißt du überhaupt... Ein Hemd schon? Ich hab noch gar nichts gesagt. Achso, wir müssen auch noch ein Level. Also, wenn wir 112 brauchen. Ah, das reicht für genau 2 Mützen. Und unseres Päls. Da bräuchst man noch Leder. Da kommt eine Kabel um. Soll es ein Höchst mit einer Kabel um. Und es ist alles anfingiert. Okay, so geht es weiter. Er kommt wieder auf den Kabel. Das ist noch ein Kabel. Oh, wir sind die Kabel. Rüstung, Pelz, also Lederhaube ist Fasern, 3 Stück, also 6 Stück, also Metall, 16 Stück, also hier würde ich nehmen, dann die schon mal 70, also mir fehlt mir nur noch Faser, genau, die sind mit dem Lagerfell oder ob ich nicht weiß, dann bräuchte ich nur noch dann den Hemd, das wird ganz schön dringend, es regnet und so, ich wollte schon mal den Dinos nochmal gucken, ob wir nicht fahren, so, dann mal wieder runter, Fasern, wir müssen ein ein paar Fasern bisschen, wieder sammelnden, in Glas, so Fasern, ja, da noch 100 Stück, so, wenn ich mal Farming gehen, so, so, Tristung, Pelz, zum 2 Mal Mütze, 1 Lass ist drin, also deine Mütze ist hier drin, okay, ja, ich brauche nur mein Hemd, aber ich muss erst mal auch das mit dem nicht ne? oh, das ist alles drin,... aber sonst wird der jetzt mein sales? ok etc... oh, 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 oh... oh, oh, oh... und wer spiegelt? oh ist es denn, du bist ein bparente, 16 brauchst du. Für den da, 12 für den, 12, 14 und 16. Also ich brauche nur noch 16 Punkte, dann kann ich es machen. Ich bin nur noch des Helmut. Wollen wir jetzt mal aufzurechnen? Weiß ich nicht. Na ja, müssen wir so lange nichts trinken. Aber trotzdem. Also die Dinos haben jetzt wieder essen, oder? Das sind Zitronen. Ich sag mal, da sind Zitronen. Na ja, das wird verboxt. Jetzt eigentlich nicht. Oh ja, jetzt jetzt. Eieieiei, Disco. Ey, da drinnen ist es langsamer, siehst du? Bei euch ist es langsamer als bei mir. Bei mir flackert es übelst, ey. 21 Kartoffeln. Eieieiei. 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 Ah ja, stimmt. Hier kann man auch, ne? Guck hier, Fasern. Da haben wir schonmal 13, äh 30 meine ich. Also Fasern habe ich bereits 100 Stück wieder gebraucht. Und hier kann man ein paar Bären reinschmeißen. Und hier kann man das nicht mehr schlafen machen. Und hier kann man das nicht mehr schlafen machen. Und hier kann man das nicht mehr schlafen machen. Und hier kann man das nicht mehr schlafen machen. Und hier kann man das nicht mehr schlafen machen. Und hier kann man das nicht mehr schlafen machen. Und hier kann man das nicht mehr schlafen machen. Und hier kann man das nicht mehr schlafen machen. Und hier kann man das nicht mehr schlafen machen. Und hier kann man das nicht mehr schlafen machen. Und hier kann man das nicht mehr schlafen machen. Und hier kann man das nicht mehr schlafen machen. Vielen Dank.